so meine freunde noch 20 minuten dann geht der erste drink in mir rein das bedeutet wir sind jetzt an dem punkt angelangt wo wir mal den ein oder anderen test machen sollten hier ist derjenige der über mich wachen wird in jeder misslichen lage dieses ganze weiß hier von uns blendet alles ja ein test ist für mich das kannst du mir gleich zehn mal den ball zu wirft und ich fange den ball werfen ja ich gebe das mikro an dich ab ja gib mir das mikro ja weil du so jetzt stolper aber nicht über das kabel ich wieso sollte ich über das kabel stappen mann ball werfen zehn mal okay du otto was soll ich jetzt machen du bist auch so ein ich bin auch nüchtern jetzt soll ich dir den ball zu werfen und du willst den fangen also quasi einfach nur ob ich fangen kann zehn mal hintereinander vielleicht ist es nachher für mich nicht mehr möglich zu fangen wer weiß so zehn mal also los geht's okay spannung 1 oh gott 2 3 was ist wenn jetzt die eine neue ins film reinkommt was soll denn sein 4 der versteht doch gar nichts 5 6 6 7 7 8 9 und 10 wer hätte das gedacht zehn mal gefangen mini windbeutel auch okay ich muss pissen nimmst den kittel ab damit man da keine pissschlecken draus sieht ne aber er nimmt extra ein kittel ab weil er weiß was nämlich gleich wieder passiert er setzt sich hin ja gott sei denn dann habe ich das klo noch mal ordentlich geputzt hab ich gar nicht es war geranzt wie immer was widerlich da geht es echt auf mein klo ne eigentlich finde ich das gar nicht so witzig jetzt vom klo oder was okay ich bin gespannt was jetzt kommt also einmal was für uns ja 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 das ist sehr schön das ist sehr richtig ja da freue ich mich aber ein bisschen was zu naschen mädels oben sehr schön danke für uns ja und das hier smart also dass wir schon mal sagen smart ratzlitz was soll das sein eine uhr willst du mich dazu animieren mich zu bewegen ist das so was dankeschön ist das noch ein gummi kram nee das ist hackebuttentee keine mädels haben machen das mädels nicht so die lecken sich die tippen ja so habt ihr einen song für mich einen song den ich jetzt einmal singe nüchtern dann schauen wir später mal vielleicht eigentlich mit schnipsen ich weiß nicht ob man das gehört weil ich muss kurz alle meine entchen schwimmen auf dem see köpfen in das wasser schwänzen in die höhe alle meine entchen alle meine entchen so alle meine entchen mit rhythmischen klatschen mit bravour absolviert so mal gucken wie das nachher klappt so jetzt noch ein zungenbrecher so da bitte mal in den chat jetzt haut mal ein paar tonbrechereien ich lese ab braucht kleid bleibt braut kleid und blaukraut bleibt blaukraut die katze tritt die treppe krumm die treppe tritt die katze krumm die bürsten mit den schwarzen bürsten besser als die bürsten mit dem weißen bürsten das ist richtig ja das kommt von meiner schwester das wusste er so schon damit hast ihn scheinbar schon öfter genervt ja frage mit den hacken klacken kann man auch beim kacken also frauen die mit den hacken klacken kann man auch beim kacken hacken wir brauchen genau diese dinge nachher wieder also die die muss er jemand muss das irgendwie abspeichern oder sowas irgendwie müssen wir die nachher wieder aufrufen warte mal ich mache screenshot als wir noch in der wiegelagen gab es noch keine liegen liegen als wir noch in der wiegelagen gab es noch keine liege wagen jetzt kann man in den wagen liegen und sich in allen lagen wiegen habe ich den mit fotografiert oder nicht zehn zahme ziegen zogen zehn zentner zucker zum zoo zehn zahme ziegen zogen zehn zentner zucker zum zoo manchmal was hast du mir für nummer gegeben 00 ja es ist auch irgendwann nicht mehr witzig dieses ganze dessen immer ging also betrunken nehmen mit augen zu okay so machst du stoppuhr nach 30 sekunden musste wechsel rufen eine minute und dann können wir auch anfangen freunde dann ist es soweit dann haben wir alle tests absolviert martin arab bei neuer martin arab neuer der war heute morgen schon neuer bist du nicht der der heute schon beim döner war oder was gut auf die plätze fertig los moment einmal 20 20 24 27 28 29 wechsel 22 慢 ül 28 28 28 28 Fünf, vier, drei, zwei, eins, Stopp! Oh, Alter, das war ja echt... Nüchtern geschafft! Ach du Scheiße! Nüchtern geschafft! Stopp! Was war das denn? Ist das bei dir auch so? Weil ich dick bin, ne? Das... Ohne Witz jetzt! Ich war ja auch schon früher mal ein bisschen dicker. Dann hab ich abgenommen und konnte besser so Balance sagen. Aber es hat damit nichts zu tun. Ja, er ist Professorin, er sagt, du isst es so. Ja... 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 Oh, es geht. Du hast auf jeden Fall mehr Körperbeherrschung. Sagen wir mal, von der Theorie her, jetzt wäre Wechsel. Ja, Wechsel ist ja deswegen... Ja, ist nicht ganz so einfach, ne? Ja, aber es geht doch. Es geht doch. Ja, gut. Sehr gut gemacht. Oh, du kannst mir ja schon mal einen einschenken, da, oder? Ja. Wir können mal die erste Puddel, äh, die erste Puddel zeigen. Äh, die Kamera, bitte. Muss ich keine Werbung einblenden. Ja. Ja, der, das ist der blaue Wodka aus den Niederlanden. Und der hat vier Prozent. Der wird dir schmecken, Bruder. Richtig. Wie, äh, wie nennt man das? Ist das Waldmeister? Ne, Waldmeister ist grün in der Regel. Ja, aber vom Geruch her? Ja, aber vom Geruch her? Oh, 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 oh. Auf dich, mein Lieber. Was? Willst du auch nur ein Glas oder so? Nö. Okay. Dann, äh, jetzt, warte, ich hab die falsche Kamera jetzt. Ach, was? Ja, ich weiß auch nicht was. Mann, du musst nochmal anstoßen die ganze Zeit. Ja, also. Gruß, mein Lieber, auf dich! So, Cheatsauce. Los geht's! Ich beschreibe den Geschmack. Ja, das kann man auch. Ist mir egal, oder? Das kann man auch. Ich will Alkohol in die Stirn drehen. Aber... Schmeckt's wahrscheinlich so. Doch. Ja. Also, ein bisschen schmeckt man was. Aber... Ich glaube, ich geh mal hin. Ganz dezent. Ne, ist wirklich ganz, ganz wenig. Ein bisschen schmeckt man. Aber ich find... Da find ich jetzt gut, dass Kohlensäure drin ist. Weil das ist für mich ja dann so wie... Wie mein Süßkram, den ich jetzt auf. Gut. Na, das ist jetzt Einbildung wahrscheinlich. Was denn? Ja, grade hab ich so ein warmes... Ich hab grade voll das warme Gefühl im Gesicht. So, das... Also, plötzlich kam so ne Wärme in mein Gesicht beschlossen grade. Kam gar riesen. So, 18.30 Uhr. Erster Schluck. Erster Schluck. Erster Schluck. Ja. Schizo... Ist... Besochen. Warm. Ja. Geworden. Ich hoffe, du kotzt deinen Tisch nicht voll. Wie damals. Ja, das... Das wollen wir alle nicht hoffen, ne? Obwohl ich's gerade wieder vorm Stream gemacht hab, ne? Du hast es gesehen. Hast du das von... Oh, da ist ein Knopf abgeflogen. Das gibt's nicht. Wie bei meiner, äh... Digga. Ich wollt grad sagen wie... Warte, 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 warte. Oh, du schüt tunnel Tajiman. Oh, du schützt. Warte, warte, warte! Ohhhh, du schützt. Wow! Scheiß Dreck, man! Ähm, warte, ganz wichtig, ich muss die Kamera umschalten. Warte mal, scheiße. Ähhhh, fuck! Hauptsache, die Technik überlebt, alter. Scheiße, das ganze Pult ist nach hinten gekracht. Oh nein. Ach, du ahnst es nicht. Das geht doch gerade erst los, Mann, das kann nicht wahr sein. Wie soll das denn heute ausgehen? Scheiße. Das ganze, das ganze. Oh nee, ne? Jetzt habe ich nicht auf meinem Pult gekotzt, jetzt ist aber das ganze Getränk ausgekippt. Leck mich am Arsch, alter. Ah, nee, ne? Ah ja, mein Bildschirm ist voll mit holländischem Vodka. Also deswegen sage ich halt auch immer, ne? Lasst es mit dem Alkohol. Es macht alles gar nicht Sinn. Digga, ich habe noch erst ein paar Stücke nur genommen. Schreibst du das aus? Ja, Mann, das ist eine so gute Idee. Hol deine Flipchart. Hier ist alles voller Vodka. Scheiße. Das klingt gesund. Ja, Mann. Alle, was ich?